Wie ist der Steinpilz von Fichtensteinpilz? Hier haben wir einen Steinpilz, und zwar einen von vier Arten, den typischen Steinpilz oder Fichtensteinpilz auch genannt. Die Umgebung deutet darauf hin, wir haben hier so einen feuchten Fichtenwald. Und bei so einem Steinpilz möchte ich also jetzt mal die Unterschiede aufzeigen, gegenüber seinem gefürchteten Doppelgänger, der zwar nicht giftig ist, aber fürchterlich bitter, dem sogenannten Gallenröhrling. Und als beste Unterscheidungsmerkmale eignen sich, wenn ich den Stiel eines Steinpilzes hier oben betrachte, dann sehe ich ein ganz feines weißes Stielnetz. Bei dem Gallenröhrling hätten wir langgezogene braune Maschen. Ein zweiter Unterschied, der Steinpilz ist also ursprünglich auf der Unterseite so weißlich oder leicht gelblich, wird dann später braun durch die braunen Spuren. Während der Gallenröhrling bei älteren Exemplaren markant rosa wird auf der Unterseite, er ist unter allen Röhrenpilzen der einzige mit rosa Spuren, in Folge dessen färbt sich dann später die Unterseite mehr oder weniger rosa. Wem diese beiden Merkmale zu kompliziert sind, kann also folgenden Schnelltest machen. Man schneidet also ein Stück des Pilzes ab, leckt also mal drüber oder macht eine kleine Geschmacksprobe und würde dann feststellen beim Gallenröhrling, eben bitteres Fleisch oder ein bitterer Geschmack, dagegen also bei dem Steinpilz ausgesprochen mild. Das sind also zwei Exemplare von einem sogenannten Lacktrichterling. Die typischen Merkmale, also meistens leuchtende rote oder violette Farben. Dann so ein langer, zäher Stiel. Und wenn man es von der Unterseite betrachtet, die Lamellen, die also ziemlich locker stehen. Meistens sieht man dann an der Basis, die also verdickt ist, sieht man schon so Teile dieses Geflechtes des Mycels, dass er im Boden den eigentlichen Pilz bildet. Und das dafür sorgt, dass dann also bei günstigen Bedingungen, wie wir es jetzt haben, also hohe Bodentemperatur und viel Feuchtigkeit, dass also dann die Pilze, wir sagen die Fruchtkörper, entstehen. Also Sie sehen, hier interessiert sich dann noch so eine kleine Spinne für die Pilze. Also hier haben wir einen Knollenblätterpilz, der bei uns weit verbreitet ist. Das ist der gelbliche Knollenblätterpilz, der aber manchmal ganz weiß werden kann. Und die typischen Merkmale sind, wie bei allen Knollenblätterpilzen, die Knolle unten und ein Teil praktisch der Hülle, die also ursprünglich den ganzen Pilz umhüllt, ist also auf dem Hut. Dann für Knollenblätterpilze immer ein wichtiges Merkmal. Sie haben also immer weiße Sporen, das heißt die Unterseite auch älterer Pilze bleibt immer weiß. Für diesen gelblichen Knollenblätterpilz gibt es also für den Laien ein wunderbares Merkmal. Wenn man die Lamellen reibt und daran riecht, ich mache einmal einen Test, dann kann man feststellen, es ist so ein markanter Geruch nach Kartoffelkeller oder nach keimenden Kartoffeln. Dieser Test ist deswegen wichtig, weil ein tödlich gefährlicher Doppelgänger dieses gelblichen Knollenblätterpilzes, der weiße, kegelhütige Knollenblätterpilz ist, der also in vielem dem gelblichen vollkommen gleicht. Aber dieser weiße Knollenblätterpilz, der hat zum Beispiel einen ganz anderen Geruch, so wie Kunsthonig, was es so in der Nachkriegszeit also häufig gab. Das hat der gelbliche, der kegelhütige Knollenblätterpilz mit dem grünen gemeinsam. Und die zwei sind ja mit unsere gefährlichsten Giftpilze, der kegelhütige und der grüne Knollenblätterpilz. Und das ist eben das Gefährliche, dass es Pilze sind, die wunderbar ausschauen, die also angenehm riechen und die also auch angenehm schmecken. Aber diesen Test sollte man also lieber bleiben lassen. Aber wenn ich beim Schmecken bleibe, dieses Vergnügen hat man leider nur einmal. Ich habe also schon erwähnt, die sind also im Grunde tödlich giftig und deswegen ist höchste Vorsicht geboten. Ich kann also nur jedem raten, nur die Pilze zusammen, die ihr absolut sicher kennt. Und wenn ihr feststellt, dass ein Knollenblätterpilz unbedingt die Hände davon lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020